Öffnen Sie den Bereich Websites und Onlineshops, Zahnrad, Zugriffsrechte. Zunächst erstellen Sie eine Rolle. Geben Sie den Namen für die Rolle ein und bestimmen Sie, welche Zugriffsrechte diese Rolle haben wird. Um Zugriffsrechte auf eine bestimmte Website einzustellen, klicken Sie auf den Link Zugriffsrechte für Website hinzufügen und wählen Sie die Website aus der Liste aus. Speichern Sie Ihre Einstellungen und klicken Sie auf den Link Zugriffsrechte hinzufügen. Wählen Sie Nutzer oder die ganzen Abteilungen aus. Weisen Sie die Rolle zu. Wir sehen uns beim nächsten Mal.